Hi, ich bin Elisabeth. Wer bist du? Jenny. Linus, hi. Francesco, hi. Ich bin Mojok. Ich werde dir jetzt ein paar Schätzfragen stellen zu unseren Bestseller-Produkten. Du kannst bei jeder Frage jeweils ein Produkt gewinnen. Sollte es nicht klappen, haben wir natürlich auch einen Trostpreis für dich. Das heißt, du gehst auf keinen Fall leer aus. Na, der mich mal gespannt. Einfach raten. Schakuni hat letztes Jahr 340.000 und 11 Liter Parfum verkauft. Wie viele Badewannen kann man damit füllen? Sind es A, 688, B, 1570 oder C, 2300? Äh, okay. 1.011 Liter, meine Badewanne hat 50 Liter, 40 Liter? Ich glaube, A ist so das Erste. 688. Oh, das ist leider nicht richtig. Aber gar kein Problem, du kriegst einen Trostpreis. Du gehst gerne was aus unserer Kiste aus. Ich würde B sagen. B. 1570. Jetzt wird hier nämlich mal gerechnet. Das hat mir nämlich bisher noch gefehlt. Ich denke mal die zweite Antwort. Das zweite. Das zweite. 1570. 1570. Das ist leider nicht richtig, aber gar nicht schlimm. Du kriegst von uns trotzdem einen Trostpreis. Okay. Aber wenn so ein, so einmal 5 Liter sind, dann sind es okay. Jetzt mach mal 100 Liter. Mehr als 10 so Flaschen. Ja, mach mal jetzt überschreit jetzt mal. 2300. 2300. 2300. Das sind mehr als 100 Liter. 2000. 2300. Das ist richtig. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Hier einmal für dich von Yves Saint Laurent Libre. Hast du das schon? Nein. Na dann. Oh, dankeschön. Überflakoni. Danke fürs Mitmachnehmen. Vielen Dank. Danke.